Ja hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin's wieder, euer Karl-Peter Fischer. Diesmal wieder aus der Privatuniversität Schloss Seelburg in Seekirchen am Wallersee, an der ich Professor für Markt- und Werbepsychologie bin. Und ich zeichne mich verantwortlich für unseren Diplom-Lehrgang Online-Marketing-Manager. Ich wollte euch noch einen Hinweis geben. 22. September starten wir den Lehrgang. Es sind noch Plätze frei und ich würde mich freuen, wenn sich ein paar von euch noch anmelden oder die Informationen einfach weitergeben.